Hallo und Willkommen, wir sind TAKT Kulturverein, wir sehen Nika Baumann als künstlerische Leiterin und ich bin Anna Markowitsch, die Geschäftsführerin von dem TAKT Kulturverein. Wir sind hier um ein Konzert von TAKT Konzertsaison zu präsentieren. Das ist unser viertes Konzert, TAKT 2023 ist unsere erste Konzertsaison. Unser erstes Konzert war im März 2023 und wir sind jetzt ganz aufgelegt für das nächste, was hier heute kommt. Generell, wir haben dieses Projekt angefangen, weil wir selber die Künstlerinnen sehen, also wir haben eine Planetistin und eine ehemalige Pianistin auch, die ein gemeinsames Projekt aufmachen wollten und starten, wo die Künstlerinnen von verschiedenen Kunstsparten eigentlich zusammenkommen können und ein gemeinsames Projekt in einer Multidisziplinarität, Transkulturalität auch präsentieren können und dazu auch eine Community von Künstlerinnen, Publikum und alle Künstlerinnen und Liebhaber zusammenzubauen. Ja sam inače iz Zagreba, Ana ovdje iz Beograda. Upoznali smo se prije gotovo deset godina, dok smo obje studirale na Univerzitetu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beću. I već smo nekoliko projekata organizirale zajedno, u ansamblu smo svirale zajedno također i to se zapravo samo nadograđivalo do jednog momenta gdje smo odlučile da želimo započet jednu koncertnu sezonu kao platformu za različite umjetnike, za različite umjetnosti, za mladu scenu, za slobodnu scenu koja se ovdje može razvijeti i kako bismo gradile jednu lijepu zajednicu između publike i umjetnika. Večeras ćemo imati priliku da čujemo jednog izvanrednog pijanistu Petra Klasana, jednog glumca Leona Lamberta i plesača Rino Indiono. Također ćemo predstaviti našu multikulturalnost za koju se ovdje zapravo zalažemo i predstavit ćemo Beethovena kroz jednu drugačiju prizmu. Znači imat ćemo priliku da doživimo, u stvari najbolje da režisarka sama kaže što ćemo da vidimo. Tako je, ja sam osobno režirala ovaj projekt za takt i sa ovom trojicom umjetnika sam specifično htjela raditi i jedna od stvari koja je nas uvijek jako interesirala je dakako glazba. Dakle, glazba nam je uvijek bila bitna kao jedan prekrasan način izričaja, jedan prekrasan način izražavanja. Međutim, ono što nam je uvijek bilo zanimljivo je kako izgledaju koncerti današnjice, kako danas predstaviti jednog Ludviga van Beethovena suvremenoj publici i kako izpricati neku novu, zanimljivu, lijepu pricu kroz njegovom muziku, inspiriranu njegovom muziku i njegovim tekstovima. Das var eigentlich eine herzlice Anlagen. Dazu laden wir euch auch gerne, uns auf allen sozialen Plattformen auch zu folgen und unsere Projekte und zukünftige auch Saison, die wir auch gerade dabei sind, fortzubereiten mit ganz, ganz coolen Künstlerinnen und ganz vielen verschiedenen Kunstarten auch. Wir laden euch herzlich an, das alles auf unseren sozialen Medien zu folgen, auf Instagram, auf Takt Kulturverein, Webpage oder uns einfach auf ein Bierchen einzuladen und wir erzählen euch alle gerne, was wir eigentlich noch vorhaben. Und noch eine herzliche Einladung zu unserem nächsten Konzert. Am 20. Oktober haben wir zwei wunderbare Tänzerinnen, die kommen aus Salzburg mit im Stück, mit dem Marco Ferlan auf der Gitarre Two Bodies One Distance und das letzte Konzert von unserer Saison 2023 am 24. November mit Alfredo Ovaez, ein in Wien lebender Pianist, der macht ein multidisziplinäres Performance. Vielen Dank und wir sehen uns. In manchen Momenten, Ich denke, dass Sprache noch gar nichts mit Freude ein Licht im Tunnel entgegen. Ich denke, dass Sprache noch gar nichts mit Freude ein Licht im Tunnel entgegen. Ich denke, dass ich dich nicht ganz gut und bin. Ich bin sehr intensiv, mit seinem Glasbem. Wir haben diesen Abend versucht, ihn aus einer anderen Perspektive zu zeigen. In der Kombination von glummen und pläsen, was für mich ein sehr interessantes Erfahrung, insbesondere mit einem genialen Pläsen, wie Rino, und mit einem fantastischen Glumzern, wie Leon, und natürlich auch unsere Direktorin, der der gesamten Konzept und Programm, die fantastisch gesehen hat, wie Beethoven zu zeigen, und nicht eine Art von den Eigenschaften, seine Hauptcharakteristik. Menschen konnten und Glasbem, und Pläsen, und glummen. Es war nicht einfach. Es ist wirklich schwer. Wir sind, als Glasbemäuern, selbst, Ich habe auch gelernt, dass ich diese Dinge in vollständiger Zeit gemacht habe, wo der Fokus nur nur auf dem Geräusch war. Das ist für mich ein neues Welt, auf dem ich mich musste. Es ist auch für den Blumen. Er ist auch für den Blumen. Er hat nicht gesagt, zu sprechen. Das war für mich ein großer Herausforderer. Wir mussten alle sein wie ein Geist, ein Körper, ein Geist. Wir mussten uns auswählen, dass wir so eine Art und Weise auswählen können.